Zehn Jahre ist es her. Ihr wart damals beide auf derselben Schule. Tobias eine Stufe über Chang. In Tobias letztem Schuljahr habt ihr euch kennengelernt. Und für ihn stand schon nach kurzer Zeit fest, diese Frau, die will ich mal heiraten. Letztes Jahr und diese Jahreszeit waren die beiden in Tirol zu wandern. Oben angekommen machten sie wie immer ihr obligatorisches Gipfelselfie mit Sonnenbrillen. Und in diesem Augenblick, so erzählt es zumindest Tobias, entschied er sich, dass genau jetzt der richtige Moment wäre. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017